Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Battlefield 4. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Wir sind diesmal auf dem Hainan Resort. Natürlich nicht zum Urlaub machen, sondern zum Fighten. Und ich hab hier mal schnell so ein Schnellboot geschnappt. Um mal zu gucken, wo ich hier am besten andocke. Weil die uns direkt Alpha und Bravo abgeknapst haben. Aber in meinem Squad, die haben sich anders entschlossen. Sind schon vorher wieder abgesprungen und haben sich den kleinen Heli geschnappt. Was bestimmt nicht das Schlechteste gewesen ist. Aber so alleine auf diesem Kack-Ding hier bringt es mir echt nicht viel. Ach, und schon kommt einer und ist auch direkt wieder ausgestiegen. Das werde ich jetzt allerdings auch gleich machen. Und zwar bei Delta. Ein bisschen mit unterstützen. Ich hab die M4 gewählt. Nicht unbedingt, weil es meine Lieblingswaffe ist oder sonst irgendwas. Ich möchte die einfach bloß ein bisschen weiter hochleveln. Weil ich mal wissen möchte, wie die mit ordentlichen Aufsätzen und ordentlichem Setup halt zu spielen ist. Ansonsten bin ich mit das Dinger dabei. Wenn wir doch diese doofen Helis hier, gerade auf dieser Map, immer sehr auf den Senkel gehen. Und noch formt sich das hier alles so ein bisschen. Ja, jetzt natürlich wäre... Ist die da? Guck mal. Bam. Ja, genau. Flares gezündet. Und die zweite kriegste trotzdem. Los, los. Ist er schon weg? Das ging auch ein bisschen dolle schnell hier. So. Ein bisschen verschieben. Mal ein bisschen der Action entgegen. Äh. Ja, die Action hat mich gerade in den Arsch gebissen. Und hier schießt einer. Der Einzelne da unten. Seht ihr den? Habt ihr den gesehen? Der wurde überfahren. Finde ich gut, die Lösung. Gerade ein feindliches Boot. Ist das da gerade ein feindliches Boot? Ja. Ja. War eins. War eins. Wer es jetzt, also, ne, so wie ich, jetzt gerade nicht mitgekriegt hat, dass es ein feindliches... Ist wirklich. Es war eins. Und dann ist natürlich auch so ein Typ wie ausgestiegen und hat uns niedergestreckt. So. Und wieder haben wir eine Heli da. Hallo Opfer. Was war das? War das jetzt gerade schon wieder diese... diese Jet-Kack-Dings da gegenfliegen und den Heli runter... Ey. Was muss man outen? Ich hab ja im letzten Video, glaube ich, schon erwähnt, wie ich diese Sniper... Hinter mir, hinter mir... Alter. Und die kriegen mich da nicht weg, oder was? Und die Frage sollte wohl eher lauten, warum hab ich die drei Stück nicht weggekriegt? Tja. Ich hab den Aim-Boat heute aus. Von daher... Ist das denn nichts, ne? So. Wollen wir bei unserem Squad... Ne, ich will mal ein Boot. Ich hab mal wieder Bock auf Boot fahren. Tja, wenn Arsch das jetzt sehen würde... Direkt wieder da... Ne, wer hat sich mein Boot geschnappt? Tja. Hoffe ich mal. Tja. Das war mal dein Boot, mein Freund. Buh-Buh. So. Bleib da ruhig stehen, mein Freund. Super gemacht. Einwandfrei. Also, ich bin so stolz auf... Nein! Dein Ernst. Mich hebelt... Ein fucking Dingens aus. So. Oh, Wasserfahrzeug kriegt gut. Ich fahr dich oft, Boot. Wirklich nicht. So, jetzt hab ich da schon wieder ein paar Leute drauf sitzen. So, noch was weggeholt. Ey! Müssen wir eben weg. Was denn jetzt? Gerade Hochwasser. Aussteigen. Ja, das wird die Artillerie gewesen sein, glaube ich. Alter, die vor... Pfff... Schade eigentlich. Schade eigentlich. Schade. No, I love Berlin. Mister. Das ist doch schön für dich. Wir unterstützen mal hier. Oder steigen hier aus. Und unterstützen dann trotzdem weiter. Das Gebäude haben wir hier. Haben sie hier schon. Sushit und Aschi. Hier macht. Wo sind die Feindcrafter? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Okay. Nicht mehr hier. So sind die nicht noch irgendwo hier? Jetzt kommt da ein Boot. Ich hab noch oben hier. Ich will noch nicht sterben. Noch nicht. Ballern hier schon wieder der Ding. Ohne Ende. Aber hier unten die Position ist nicht unbedingt die beste. Meine Güte. Lalalalalala. Also ein weißes... Weißes... Weiß... Wird ich nicht gekauft. Ich meine, das wird doch dreckig hier, oder nicht? Komm's doch. Dreckig, es kommt ein bisschen extra. Mein, ich hasse das, wenn... Ups. Wenn hier einfach irgendwer ballert. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Da. Hi, da. Ey. Dich meine ich, genau. Ich wollte mir gerade Medipack hinschmeißen, aber ich hab ja gar keins bei. Spinger. Als Pionier unterwegs. Hä? Jetzt haben sie sich gegenseitig gekillt. Scheiße. Oh Mann, ey. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Oh, wie viele. Mac Muffin Popper. Wie sie alle rein wollen, ne? Das ist ja wie beim Verkauf. Verkaufstag oder Erstverkaufstag von der PS4. Das ist ja totgedrückt hier. Guckt euch das an. Es sind nur noch zwei PlayStation 1. So. Wir steigen mal bei Echo mit ein und gehen mal mit rüber zu Delta. Auch wenn die mich jetzt aus dem... Rücken attackieren können. Was hab ich nicht getroffen? Schade eigentlich. Äh. Äh. Was sag ich jetzt hier? Sniper Iglau oder was? Oh, guck mal. Da. Explodiert. Ey. Nicht. Nein. Lass das. Bringt doch nichts. Ne? Gibt interessantere Ziele. Die Flagg da hinten. Konzentrier dich auf den Luftraum, mein Freund. Ich bin doch nur ein kleinerer Fisch hier im großen Teich. Großen Teich. So. Okay, zu Delta komme ich immer noch nicht. Ich fahre mal hier mit. Vielleicht fährt er ja zu Delta. Und in Richtung Delta zumindest. Mittig. Und erwakes. Springgun, um meine Mission vorzusetzen. Mike Guyver hat angerufen und hat gesagt, seine Waschmaschine ist nicht mehr Astronauten-tauglich. Oh. Ähm. Ich könnte da jetzt drauf ballern. Mario. Ich wollte gerade sagen, das ist ein C4-Boot. Oh, Meister. Ich dachte es mir. Hättet ihr den nicht vorher abschießen können? Oh, scheiße. Nein. Ist aber auch völlig egal. Ich steige auf den Boot einfach mit ein. Wenn ich darf. Darf ich? Darf? Ja, ich darf. Lass mich mal bitte bei Delta raus. Ich habe... Ich habe 1. Klasse gebucht. Bei Delta. Fangen wir mal ein bisschen... Ich schwimme mal ein bisschen, ne? Jetzt fährt er tatsächlich da hin. Tauchen wir mal. Ne? Okay, wir haben flaches Wasser. Ich kann hier sogar laufen zwischendurch. Das finde ich extremst cool. Ja, super. Jetzt hat er es allein in den Um. Auf mich wartet wieder keiner. Ja. Das ist doch Frechheit. Ich habe ja wirklich so gefreut, hier mitzuhelfen. Verstehst du? Ich habe ein Problem mit dem Heli. Egal. Der ist zwar schon unten. Aber... Was haben wir noch da? Mölsch. Können wir nicht da wieder einsteigen. Oder was schieße ich da? So. Ein bisschen nach Eko beobachten. Die werden da irgendwo sich den ganzen Scheiß gleich wiederholen wollen. Mist. Ich werde euch noch hinterhergeschickt. Man sollte seinen Raketen nicht hinterher gucken. Aber ich wollte unbedingt sehen, ob ich den Typen tatsächlich noch getroffen hätte. Wahrscheinlich wohl eher nicht. Aber dafür können wir jetzt ja bei Delta mal ein bisschen mitmachen. Oh, Bunnyhopper. Bunny. Trotzdem eliminiert. Kassos, wenn sie springen, ne? Hüpfen und springen und hüpfen. Und da ist noch einer gewesen. Das ist voll tricky und so. Was soll das? Machst du platt? Ne. Sind noch mehr andere da. Scheiße, ein Dreck. Fuck. Von UB3R AP3. Ich weiß es nicht. Ich habe keine... Pff. Wäre cool, wenn auch nur so eine Beschreibung neben den Namen so... Was ich... Wie die zum Beispiel darauf gekommen sind. Ich will hier mit einsteigen. Ey. Ich nehme einfach das Wasser im Motorrad. Oh, kacke. Kacke, das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Lass mich in Ruhe. Ich will hier nur langfahren. Ich will hier nur langfahren. Oh, ich habe es... Ich habe dich auf Sand gesetzt, Mann. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das Boot uns nicht hinterherkommt. Wir haben es überlebt. Wir haben es nicht überlebt. Warum... Wie kommt es, dass ihr ausgerechnet auf diese kleine Insel wolltet in diesem Moment? Ihr habt doch... Kriege ich das? Kriege ich es? Ne, ich kriege es nicht. Aber er fährt wenigstens. Äh, ja. Fährst du zu Delta, bitte? Da habe ich noch... Ja. Oder du fährst einfach mal kurz gegen die Boje. Fahr einfach rechts dran vorbei. Rechts dran. Ja. Sehr gut. Ich wollte zu Delta hin. Darf ich? Da hinten sind Feinde. Ja, was ist? Siehst du weit, was ich nicht sehe? Warte, veränder doch mal ein bisschen deine Position. Nur ein bisschen. Damit ich auch was machen darf. Ach, lecke mich. Ich will doch Delta haben. Woman Squad Leader sagt, Delta angreifen. Na ja. Komm, das waren nur Flares. Das heißt, der nächste sitzt. Bam. Nochmal, komm. Sehr gut. Schön gemacht. Das sieht für uns nicht so gut aus. Wir haben einen kleinen Punkteunterschied. Hier müsste jetzt gerade ein Infanterist irgendwo ausgestiegen sein. Das ist ja die Waffe, die ich nicht so mag, ne? Das ist ja die Waffe, die ich nicht so mag, ne? Okay, ich unterstütze euch mal hier, so gut ich kann. Hier vorne ist übrigens wieder einer. Da oben drinnen. Irgendwie sind meine Reflexe heute übertrieben schlecht. Oh, cool. Ich lebe wieder. Hast du mir auch einen Medipick hingeschmissen? Na, das wäre zu viel, weil ich war. Scheiße. Kurz nachladen. Oh, hör auf! Alter. So sollst du zielen, weißt du? So um dich rum explodiert. Napalm, weißt du? Armageddon hoch drei. Und dann am Ende meckern die Leute. Wenn man nicht richtig geaimt hat oder was auch immer. Ich kann halt noch, äh, warte. Das ist mein Maid in Ruhe. Pew! Hier oben geht's hoch. Ich weiß das. Hier oben stehen meistens Abwachsen. Ja, das ist mir nicht. Äh, Sniper. Aber das wisst ihr ja bestimmt. Und hier ist... Ist das so dunkel? Was ist denn? Gut, dann nehme ich jetzt mal kurz die Pose. Um mich einfach mal kurz zu verstecken. Ähm. Lölölöl. Schießt ihr von oben runter. Äh, jetzt haben sie mich gleich. So, ich müsste jetzt ja hier wieder runter können. Ich müsste ja jetzt langsam wieder... ... die Luft rein sein. Jo. Geht. Läuft. Kacke. Ha, ha, ha. Nein! Hm. Schmidt. Ja. Herrlich. Lustige Hunde. Äh. ja ich kann immer sehr gut über mich selbst lachen über meine eigene blödheit hier manchmal aber ich habe spaß dabei das ist ja die hauptsache so alpha wollte haben kriegt ihr aber nicht ich habe dich getroffen das ist ja nicht super schön darf ich dich noch mal treffen das Boot was uns belagert ein Boot und es ist ein Helikopter und er fliegt weiter in eine andere Richtung ich schieße trotzdem noch mal eine Salve drauf Fahrzeug ist weg warte warte nur stell dich nicht vor mich boah das ist echt zu schwierig mit dem Ding ja genau am besten erstmal das ganze Haus zu ledern damit die sich da nicht so verstecken können es war für mich jetzt auch erstmal wieder eine Umstellung total geil wenn man in DayZ so übertrieben vorsichtig spielt dann wieder in Battlefield rein zu kommen das ist also oh ja und die Übersicht wann es zu Ende ist wir haben leider verloren beim nächsten Mal läuft es wieder besser ich hoffe natürlich ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dem Ganzen hoffe des Weiteren ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei wenn es heißt Let's Play Battlefield 4 mit eurem Gunshot bis dahin wünsche ich euch was das ist euer Gunshot os tus s bis beiгор�ουμε 0-é由 bis allies 2-1 oder bis 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 ihre